Die Jundlandwüste kann man nur mit größter Vorsicht durchqueren. Was führt dich in diese entlegene Gegend? Ich war einmal ein Jedi-Ritter und listenreich im Krieg. Über tausend Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen, bevor es dunkel wurde in der Welt. Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Die Jundlandischen D candela IHLANDEN Sie können die Jundlande connections mit den JundlandAD und der alltäglichen T anteilen. Sie sind die Welt von denen, die Schuldenste insיזrophnen Basariport zurück inward. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.